hallo und herzlich willkommen zurück im vollchaos bei magica 2 könnte ja auch immer mal damit mal aufhören drück mal 4 das ist unglaublich es kommt ja schon mr wayne als hintergrund habe ich mich selbst geblitzelt hallo ist wieder da oder von oben kommt dort dort ich auch wenn es du bist der einzigste noch lebt michael jetzt drei drücken mit drei drücken 3 3 jetzt 3 nicht 4 4 war die falsche richtung 4 er sollte die gegner umbringen hier ich kann doch nicht ich hab mir erst mal ein schild geholt drücke mal 4 ja es geht noch nicht ich kann nicht jetzt sagen kann der frisst mich gerade lukas er frisst mich 4 ich kann nicht drücken er frisst mich diese blauen dinger bringen mich um das ist eine ganz schlechte attacke nein die bringen die gegner um bei uns vielmehr tot hier könnt ihr vier drücken vier rücken noch mal so noch mal vier der sieht doch so untot aus ich heil den mal ohne den kann man halten ist heile danke vier drücken warte mich ich kann gerade nicht versuch kann den gegner um ja wir haben aber noch einen anderen spieler ich mag die musik die boombox da steht sie ja das ist eine boombox siehst du die hat eine bombe die ouf bin tot lalala k всoweit okay dann schmetterling war das war noch was mit dem schild bild um sich herum geht das noch mal schild shift und mittlere maustaste aber es geht auch wieder weg wenn jemand anders ach guck mal da wenn du schild und heilen kombiniert dann kommen diese kügelchen und sobald du dagegen rennst wirst du starke halt hier sind aber auch hier bitte wenn du eingefroren bist kannst du feuer auf dich selbst zaubern konnte ich nicht weil du den massiven strahl gemacht hast okay also das war jetzt eine kreatur die eis geschossen hat und die war mit feuer sehr einfach zu töten oh man drück mal jemand vier du was machst ja hätte dieses auch mit feuer leicht zu töten da war aber noch jemand dazwischen dann ist es nicht unbedingt vorteil habe ich das gefühl denn es ist du bist der einzige liebstes spiel drücken nicht darin stehen bleiben jetzt bin ich tot jetzt wie die heil vier lukas abhauen ich bin sofort wieder tot ja du musst ein schild machen immer ein schild machen das müsste eigentlich das erste sein was er macht auf euch selbst das war knapp ich dachte ich sehe mich nie wieder jetzt kann ich in der verkohlen ruine meines hauses leben und wir ein tier im wald nach essbarem suchen danke ihr nehmt dies schwert das rundschwert ich habe immer noch das standard schwert ich nehme das ich habe immer noch keine ahnung wie ich das schwert überhaupt benutze aber schrift und rechte maustaste schrift schrift und rechts okay oh ja ja das war das viel cooler also insofern du kannst ja das schwert verzaubern mit schrift rechts aber ja also wenn du quasi bevor du es nutzt einmal im zauberwerk dann hast du dass ich mit schrift rechts dann auch schlage als schnitt so drauf nicht mit uns wenn es schnell macht mal was hier vorne kommen helfen wir mal rein ballern rein ballern also ich sag mal so ich stand da oder der haken den todesstrahl auf mich dahin ich habe extra gewartet bist du weg warst dann bin tod ich korrigiere mich denn mich was mit dem todesstrahl ich habe nämlich explizit gewartet ich war es nicht danke auch wenn ich der heilung entgehen wollte denn ist weg da tschuldigung so schnell kann ich mich heilen was ein lustiges spiel aber da wir uns gegenseitig andauernd alle umbringen ist es voll in ordnung ich würde mal sagen die die zuschauer können ja mal mit zählen wer auch auf macht okay die großen die machen sehr viel schaden drück mal vier ich habe schon gedrückt wer ist der einzige der noch lebt ich habe hier gedrückt wir haben ja alle gelebt mit dem schwert das ist sogar das hilft sogar der wahnsinn nah dran wissen ja dann macht das auf einmal so richtig schaden ist dann da wo ich zauberer und keinen fuß auf dem boden bekomme hilft das schwert das mal der erkenntnis also wenn du noch die fähigkeit ist jetzt auf mich zu hauen geld ich auch wieder wenn du noch die fähigkeit hast auch noch diese tastenkombination hinzukriegen dann habe ich folgenden respekt vor ja solange es nur die ist welche schrift rechts schrift rechts ich brenne warum wieder da nur doch mit irgendwelchen flächeneffekten wenn du uns wiederholst wird das gar nicht so schlecht ich habe doch gedrückt ich kann nicht weg und jetzt wieder vorwärts wie kann ich denn da so jetzt und abhauen michi sehr gut gemacht lukas sehr gut vorsicht lukas wieder 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 hier der paps gedrückt habe mir ein schild gegeben kann ich mich noch heilen nicht die blauen dinge die töten uns ok wir haben es überlebt vier tagendrück mal vier ich bin tot schnell macht diesen flammdings macht diesen flammdings den habe ich nicht mehr auf dem hot auf der haut dann hier drücken wir sind alle tot vier einfach nur mal kurz vier michi was meinst du vier drücken dann werde ich wiederkommen vier ihr könnt wieder bis ich umgespielt habe nicht heute nicht ich dachte ich könnte vielleicht einfrieren wir müssen warte ich guck mal wenn ich mich wiederholen kann da wo er ist eingefroren das heißt dass man nicht ein stein dagegen das bringt was kannst du wieder einfrieren wenn jemand noch zwischendurch viel drücken kann so sind schön der tod wir sind alle wieder da das mit dem einfrieren war gut der schafft mich schon wieder auf macht was stein der dennis dennis hat mich noch mal nachdem der kreis kill the fucking bastard willst du dich selbst anzünden das war einmal zu viel ist das schön so einfach ja so ist da überhaupt einer gestorben von uns nein wir leben doch alle stimmt dann kann ja nichts passiert sein da war eine muschel da konnte man bestimmt irgendwas tun schnacker mupfel die länge des ozeans drei der ozeandampfer das ist so abgefahren bekloppt manchmal ich mags wenn es in den nahkampf zu gehen ist eine scheißidee zu viert aber es funktioniert ja mag sein aber wir nippeln dann direkt ab also ich über meine überlebensquote ist dann höher als nein weil ich aufhöre zu schießen weil ich denke der dennis stirbt gleich deswegen überlebe ich also ist die ist es doch gut so also beim nächsten mal sagst du einfach drauf und wieder rauf und tot kann ich konnte sie nicht retten box und goblins seite an seite massenpanik nämlich ein groß passt das warum macht ihr das weil die da sind kleine gelbe sieht ja nicht sehr ihn zu töten und der dicke mit der lila unterhose schon wieder so einer ja ihr wisst es ja selbst wer die pläne vom kahn durchkreuzt den werfen wir in den ozean also was damit wo ist nostriere ich kann nicht schwimmen ich kann nicht schwimmen ich auch nicht ich habe mich auf jeden Fall ich habe in den ozean vielleicht über euch gehört nostriere wollt ihr finden was euer pech dass ihr statt seiner general mojito gefunden habt den mächtigen kapitän des kriegstrupps von kahn und seinen getreuen kern wenn ihr diesen scharlatan nostriere niemals er ist nicht mehr hier wenn wir ihn finden sterben all unsere hoffnungen doch keine sorge zuerst töten wir euch dann erst ihn könnt dann im ihr könnt an ihm jenseits reden hahaha kerdito was kerdito das hört sich so ein bisschen an wie dieses äh despi despacito lied oder wie das da ist bin ja schon wieder tot weil ich dachte dass ich der michi bin äh ich weiß grad noch gar nicht was ich tun soll da war irgendwas mit der könnte nicht also es ging feuerresistent ich bin tot gemein Eis geht will niemand eine explosion auf ihn machen also gegen Eis und S ist er super empfindlich ist halt doof wenn wir uns gegenseitig anfrieren und der dann auf uns springt nicht die blauen dinger ja ich bin ja extra an rand gegangen jetzt wird tot drück mal 4 das das vieh jagt mich könnte mal irgendwer ja nicht töten ja vor allen dingen hört auch mit diesem scheiß heilstrahl ah wiederbeleben nicht das vieh heilen wer heilt den du hast ihn geheilt nein das ist ein gift strahl wieso ist denn genau hin da oben immer noch am leben das kann doch gar nicht sein nicht auf mich schießen mal der ist jetzt gegen Eis resistent geworden aha wo schießt der eigentlich die ganze Zeit auf mich bin schon wieder tot Hagen drück 4 jetzt danke der ist gegen Eis resistent der ist gegen Eis resistent das ist QSS oder QS wie unschön ein Goblin und ein Org halten zusammen und nicht nur das anscheinend interessiert es sie gar nicht wo der prophezeite Kind ist das heißt vermutlich dass sie jetzt schon wissen und die Probleme lösen wollen andere sollen sich nicht einmischen nur gut dass Nostria nicht mehr hier lebt wir haben neue Informationen erhalten seht nur dies ist seine Prophezeiung und das ist der Umschlag in dem sie steckte Hubsender Prophezeiung und Nostria Kristallhöhle 3b Kristallbucht nicht deucht? dort könnten wir ihn finden der Eingang zum Höhlensystem liegt nördlich von Kristallbucht Schnell jetzt bevor die Kräfte des Bösen zuerst dort sind Blee 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 hier auch mal stelle mieten geben dann könnte ich noch nicht nur eine notteleport wiederbelebung okay was ist denn notteleport notteleport reduziert mich einfach den portiert mich einfach irgendwo hin zurück das gut zurück soll ich ja bereits zum weiteren ja irgendwo hin steht da an einen zufälligen ort das kann ja nur gut werden weil die da wer blinkt denn da so könntet ihr mich wiederbeleben in die klippe runtergeflogen hier bitte er ist gegen todesstrahlen resistent mich dann heilen wir ihn doch mal nein was macht ihr denn ich habe eine halbe ewigkeit gebraucht den so runter zu ballern wer heilt den denn da die ganze zeit könntet ihr mal damit aufhören können schon ich habe ihn noch einmal voll geheilt hey feuer bringt was das ging schnell pfuh gelbe bache muss ich jetzt erst mal ein dings wieder auf eben den stadt was war das denn so unter gesprungen oh man danke wo ich in meiner richtung mich ein aber das war ein bisschen viel einmal wiederbeleben bitte oh jetzt bin ich tot gegen diese eisgegner war vorher sehr gut problem ist dass die anhand runter schubsen oder wenn ihr dieses auf drei das beben macht ein riesen pilz dann fliegen wir halt weg lukas wollte vorher auf mich machen aber das sieht so nach feuerstrahl aus wir sind tot weil lukas ich habe mich gefeuert 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 das war ich glaube ich er schießt Bomben ja hier ah wir kommen wieder ok da ist ein fernseher klick mal drauf da habe ich den kanal gewechselt ich bin runter geflogen sehr schön mahlzeit danke für diese bombe explosion oh man ich sterbe immer an euch das ist der hammer ja das ist ein bisschen eng bei diesen schmalen gängen hier das ist auch sicher keine absicht von dem spiel das ist uns aber glaube ich nie passiert oder als wir das total ernst gespielt haben zu zweit ist es halt auch anders als zu viert weniger lustig also ganz ehrlich ich weiß nicht ob wir uns öfter gekillt haben oder seltener nie vielleicht war das eine oder andere mal absicht noch dabei nie so vorsicht da kommen fischer wo ja auf der anderen seite äh oben auch was war das denn ja danke mag den blitzstrahl da kommen die nächsten haltet ihr mir die von hinten auch vom leib ja ein bisschen äh ich werde selbst gegrillt ich krieg nur schaden von euch jetzt geht's runter wenn ihr mir heil mich mal wer bitte oder den michi von hinten kommt noch mehr wir haben es fast so wir haben es ihr eist mich ein und dann und dann geblitzt achso das bist du was macht ihr denn was passiert also ich hab ja geheilt ich weiß nicht was der andere zauber war genau nuke oh man oh man oh man oh man oh man Untertitelung des ZDF, 2020